Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 29. September 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1091. Heute mit den folgenden Themen. Tisch, Leuchten, Lautsprecher, Amazon mal 4 oder einfach Amazon Hardware, Event, OnePassword, TikTok, Logitech und iOS 15. Ich starte gleich mal mit Ikea und dem Tisch, Leuchten, Lautsprecher. Ich glaube, ich habe es hier in der Daily auch schon erwähnt, als das Gerücht Mitte des Monats aufgekommen ist. Oder wie gesagt, die ersten Produktbilder oder Konstruktionen dazu aufgetaucht sind. Der Tisch, Leuchten, Lautsprecher, das ist ein geiles Wort, geht in die zweite Runde. Optik, wie immer, sie muss einem gefallen. Wir haben uns an den ersten gewöhnt. Und ob ich mich an den zweiten gewöhnen werde, wird sich vielleicht zeigen, wenn wir uns das Teil mal ein bisschen genauer anschauen können. Ansonsten vieles gleich, alles neu. Nee. Ikea hat bemerkt, dass die Tischleuchten eher im Schlafzimmer und auf dem Nachttisch genutzt werden. Deshalb wurde die Lichteinheit ein bisschen verkleinert. Dafür das Volumen ein bisschen vergrössert. Sie ist lauter, sie ist präsenter, sie geht rundherum, etc. Wie gesagt, man muss es ausprobieren, würde ich doch sagen. Ansonsten mit Sonos Kooperation, also eben über Sonos bespielbar oder wie wir, mit Airplay 2, ganz einfach. Und auch mit Multiroom-Funktion. Tut auf jeden Fall. Weiter geht es mit Amazon. Und wie einleitend gesagt, die hatten ja ihr Hardware-Event, was jeweils im September stattfindet. Und da haben sie so einiges gezeigt. Wahrscheinlich vergesse ich die Hälfte, aber ich erzähle euch mal von ein paar Sachen. Das eine ist der Amazon Astro. Was ist der Amazon Astro? Das ist ein kleiner Roboter mit einem angenehmen grossen Display und zwei fetten Rädern, der durch die Wohnung fährt. Der fährt durch die Wohnung, wenn ihr nicht da seid und überwacht die Wohnung zum Beispiel. Meldet sich bei euch per Push-Notification, falls irgendetwas nicht stimmen sollte und so weiter. Ja, ansonsten, es ist ein Fire-Tablett mit Rädern. Wer dann unbedingt so ein Spy-Robot um sich herum heraben möchte, der soll doch gerne. Irgendwie bin ich als Technikinteressierter natürlich an solchen Dingen interessiert, aber irgendwie auch nicht. Was ich witzig finde, hinten hat es so einen kleinen Behälter. Da kann man gewisse Dinge reintun und dann zu seinen Kindern schicken oder umgekehrt. Bei älteren Leuten, Ehepaaren, was auch immer. Finde ich witzig. Genauso unwitzig finde ich die Drohne, die Amazon schon im letzten Jahr vorgestellt hat. Die Always Home Cam von Ring ist eine 250 Dollar teure Drohne, die man aktuell nur auf Einladung bekommt. Was ist das? Es ist ein quadratisches oder wir sagen ein rechteckiger Kasten, aus dem heraus, wenn ihr nicht daheim seid, eine Drohne heraus entsteht, die dann rumfliegt und alles filmt. Somit alles, ihr seht schon, es wiederholt sich, im Blick behält. Amazon sieht dann immer in eurer Wohnung, äh, ihr seht in eurer Wohnung über die Kamera und das Live-Bild, das ihr auf die Ring-App geschmissen bekommt. Und wie gesagt, Technik, interessant, witzig, will ich das haben? Wahrscheinlich dann doch eher nicht. Vor allem, weil es von Amazon ist. Wenn da andere Hersteller kämen würden, wäre das vielleicht ein bisschen was anderes. Dann hat Amazon auch vorgestellt, den eigenen Thermostaten. Ein schlichter, einfacher, milchig-weiss mit leichten Durchschirmen, wo man die Temperatur sieht und die beiden Bedienknöpfen, respektiv die drei. Kostenpunkt um die 60 Währungseinheiten, also man bewegt sich irgendwo in der Region, wo sich, glaube ich, auch das Google-Nest-Teil irgendwo sich bewegt. Was kann man damit machen? Strom sparen, auf lange Sicht, wenn das Teil abbezahlt ist. Dann hat man auch was vorgestellt und da bin ich, oder wäre ich jetzt voll im Game. Ich will schon lange bei uns so ein smartes Display haben, das einfach gewisse Dinge wie Termine anzeigt und sonst so ein paar Sachen, Notizen, Hinterlegschaften an die Angehörigen. Aber ich mag das nicht von Amazon haben. Amazon hat es sich aber gebracht. Das Echo Show 15 ist ein angenehm grosser Bilderrahmen mit einer integrierten Webcam und dann halt die ganzen Widgets, oder wie nennt das Amazon, einfach so Darstellungsmöglichkeiten kacheln, wo dann eben Notizen drin sind, Einkaufslisten, Wetter-App, Kalender und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich will sowas von einem anderen Hersteller, auch wenn Amazon hier jetzt zum ersten Mal einen Regler reingemacht hat, wie man es von den Lovo-Notebooks und Ultrabooks her kennt, wo man den Privacy-Shutter aktivieren kann. Also so, dass das, sie sagen, Mikrofon und die Kamera deaktiviert ist. Respektiv für das Mikrofon gibt es noch einen zusätzlichen Knopf. Ja, dann schon eher, aber doch nicht von Amazon. Nee. Ihr kennt OnePassword, ich spreche immer wieder davon. Ihr kennt vielleicht auch FastMail. Im Pogips.ch-Blog habe ich da mal einen Test dazu verfasst. Und die beiden sind schon länger zusammen. Übrigens, den Testbericht werde ich verlinken in den Shownotes auf daily.geek.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Aber zurück jetzt zu der Kooperation. Die beiden kooperieren schon ein bisschen länger. Jetzt hat man das Ganze noch ein bisschen ausgebaut. FastMail ist ein kostenpflichtiger. Pflichtiger, das ist auch gut so, weil dann interessieren ihm die Daten weniger als eben andere. Mail-Agent, der euch für 3 Dollar bis zu 600 Aliasse bietet. Also normalerweise einfach ein Mail-Agent, wo ihr euch die ganzen Mail-Adressen hosten und bewirtschaften könnt etc. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, eben mit Aliassen zu arbeiten. Wer das nicht kennt, man kann dann einfach eine Pogipsi und irgendwas hinten dran, wie Twitter zum Beispiel, E-Mail-Adresse machen. Und die nutze ich dann nur für Twitter. Und falls darüber mal Spam kommt, dann weiss ich ganz genau, Twitter war böse und hat die verkauft. Und so weiter und so fort. Da kann man ganz viele eben solche kurze, knackige Aliasse anlegen, um eben Dingen zuvor zu beugen oder gewissen Diensten nicht in das richtige E-Mail-Adresse verraten muss. Was hat jetzt das mit OnePassword zu tun? OnePassword kooperiert mit denen und man kann direkt über die OnePassword-App eine Alias erzeugen auf eben dem Konto von FastMail. Das finde ich cool, das finde ich, weil darin erstelle ich ja meine ganzen Accounts mit starken, wirklich starken Passwörter, 100 Zeichen und Hieroglyphen etc. Alles mögliche mit drin und das jetzt beides verknüpft. Das gefällt mir sehr gut. Weiter geht's mit TikTok und die haben erfreuliche Nachrichten. Eine Milliarde Nutzer. Nicht insgesamt, sondern pro Monat, die aktiv auf diesem Social Network rumgurken. Ja, das ist eine schöne Zahl. Ich bin mal gespannt, wie steil es jetzt noch weitergeht. Auch steil weiter geht's für Logitech, deren ihre MX Keys Tastatur ist eine meiner absoluten Lieblingstastaturen. Aktuell schreibe ich ein bisschen mehr mit der Ergo-Tastatur. Das ist auch Logitech. Einfach die gebogene, die ergonomische. Aber ich mag, wie gesagt, die MX Keys sehr gut und habe an vier von meinen Schreibtischen solche Tastaturen. Also das sagt schon ziemlich viel darüber aus. Und die haben jetzt eine Mini-Version davon vorgestellt. Alle Funktionen, wie man sie kennt. Hintergrundbeleuchtung, angenehme Tastendruck etc. Ist alles mit dabei. Auch die Sonderknöpfe etc. Was hier einfach fehlt, ist der Nummernenblock auf der rechten Seite. Somit fällt das Ganze deutlich kleiner aus. Und heisst deshalb auch Logitech MX Keys Mini. Sehr, sehr schicke Tastatur, wie ich finde. Zu guter Letzt auf dem Pogipsi.ch-Blog habe ich euch noch einen kleinen Text darüber verfasst zu iOS 15. Ich wollte eigentlich schon zum Start von iOS 15 letzte Woche damit fertig sein. Aber die Zeit hat einfach nicht gereicht. Meine Top 10 Funktionen unter iOS 15, die ich aktuell, wie gesagt, als Top 10 einstufen würde. Wer mag, gerne mal reinlesen. Und ja, da ist auch mein Apple iPhone 13 Video mit drin. Für all diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Wie immer, Links in den Shownotes und auf dem Podcatcher, euer Wal. Bis bald, euch einen schönen Tag. Und wir hören uns gerne wieder in einer der nächsten Folge. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.